Ich hör hier die ganze Zeit einen Zombie, aber ich seh ihn nicht. Bestimmt wieder unter uns. Apropos, was machen wir denn jetzt mit den Diamanten? Tastatur? Ich weiß nicht was meine Tastatur heute schad. Ah, ja nochmal abstöpseln. Das hat er noch nie gemacht also. Dem gefällt das auch noch nicht so, da das so früh ist glaube ich. Ist er nicht gewohnt. Muss jetzt aber wirklich nicht im Minutentakt kommen. Das tut nicht Not. Zumal ich nur ein bisschen BASD drücke. Am besten die Windows Tastatur nutzen hier. Dieser Bildschirmtastatur. Ja haha. Ne. Ne. Die schaufeln das auch gleich hinüber. Schade eigentlich. Und theoretisch wäre das nächste was wir machen müssten. Nochmal in die Höhle gehen und. Ne, müssten wir gar nicht in die Höhle gehen. Einfach hier. Wir haben ja so eine Lavasee gleich nebenan. Und zwar ein bisschen Obsidian besorgen mit einer Diamantspitzhacke. Ich glaube da kommen wir nicht drum rum. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass wir Obsidian brauchen für diesen Zaubertisch. Ich weiß jetzt die Konstellation nicht mehr ein paar Bücher. Ich glaube ein, zwei Diamanten und Obsidian. Aber da muss ich mich wirklich nochmal belesen. Auf jeden Fall brauchen wir dafür Obsidian. Ganz sicher. Schade um das Diamantschwert, dass es jetzt damit nicht klappt. Sondern erst mal nur mit einer Diamantspitzhacke. Aber was sollen wir tun? Ne, wir haben keine Wahl. So haben wir das jetzt ein bisschen geebnet. Kann das Gras schon mal nachwachsen? Und ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal einen Eimer der Diamanten. Und machen wir uns dann mal, wie gesagt, eine Diamantspitzhacke und besorgen uns ein bisschen Obsidian. So, die brauchen wir. Sticks haben wir bestimmt noch irgendwo. Jo. Und Eimer, 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 weiß ich, ist im Haus. Ich weiß aber nicht, ob hier vielleicht auch einer drin ist. Jawohl. Das passt ganz gut. Und dann nehme ich mal eine Diamantspitzhacke. Die Diamanten. Ah, sieht das schön aus. Sieht das schön aus. Ne, der Eimer soll natürlich nicht rein. Denn den Eimer, den brauchen wir für ein bisschen Wasser. Ja, das ist eine ewige Wasserquelle. Da können wir unendlich Wasser schöpfen. Und ich glaube, da hinten irgendwo hatten wir doch so einen kleinen Lavasee. So ganz klein. Nein. Die Fackeln können ja auch eigentlich weg. Der Eingang ist für die Katz. Die können wir uns dann richtig sparen. Können wir auch zuhauen, weil wir haben ja den anderen Eingang. Das ist im Prinzip der Eingang zur selben Höhle. Also die treffen sich hier oben auch gleich. Und deswegen ist er jetzt weg. Weg ist er natürlich nicht weg. Und wo war die Nava? Irgendwo hier? Ja. Obsidian. Also ich will gar nicht so viel haben. Und damit ich jetzt hier nicht die Umgebung kaputt mache. Ich glaube, hier muss auch noch einer hin. So. Mal da rein. Ich weiß gerade nicht, wie weit es war. Nein. Okay. Ein bisschen ist noch da. Hm. Das war natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber Obsidian. Okay. Und wenn wir Pech haben, ist unter den Obsidian noch Lava? Hä? Das muss gehen. Das muss gehen. Das ging immer. Es dauert so lange. Los. Ein Obsidian. Es ist schnell einsamer, bevor hier wirklich gleich Lava unter ist. Es dauert ein wenig lange. Ich sehe es selber. Habe ich auch etwas schneller in Erinnerung. So zwei. Boah. Ich hätte hier noch einen Kaffee kochen können. Und hier trinken. So drei. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür brauchen. Hm. Also das ist das Ziel für die nächste Aufnahmesession. Herausfinden, wie der Zaubertisch funktioniert. Beziehungsweise wie man ihn kraftet. Wie er funktioniert, das glaube ich, kriege ich noch hin. Aber wie man ihn noch kraftet. So, ich nehme noch zwei mit. Weil mit den Dingern kann man bestimmt noch andere schöne Sachen anstellen. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Ist ja nicht die einzige Welt hier, die es in Minecraft gibt. So. Keine Lava unter. Und dann verdüsen wir uns auch wieder. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Das wächst irgendwann zu. Ah ja. Bis auf, dass unser Haus kein Dach hat, ist es doch ganz okay geworden. Kohle? Nö. Nö. Keine Kohle. Will ich jetzt nicht. Nein, nein. Ich will keine Kohle. Ich will Blumen haben. Seltsame Rosen. Und vielleicht finden wir noch ein bisschen Samen. Apropos Samen. Wir haben gerade welche in der Hand. Wir müssten auch mal wieder ernten gehen. Weil wir dieses Weizen gedöhnt brauchen werden. Nö. Nö. Bop. 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 Hast noch gar nicht alles ausgewachsen. Das ist ja doof. Warum wechseln das da so langsam und alles andere? Ja, das ist doch genau an Wasser. Nein, Quatsch aber auch immer. Supp, 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 supp. Und dann ist unser Feld auch wieder begrünt. Nein. Und dort kann man tatsächlich drüber laufen. Springen weiß ich nicht, aber drauf laufen kann man. Huch. Nein, nein, nein. Weg. Oh, mit diesen Hotkeys. Vor allem wenn man sie nicht kennt und sie aus Versehen nur drückt. Und ich glaube, war das nicht eins, zwei, drei? Okay, da haben wir dann Brot. Brote braucht man immer. Bad Rock, Erde, 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 Erde. Erde kommt natürlich nach oben rein. Also ich habe ja auch noch gar nicht so recht in Ordnung. Es ist einfach nur sehr, sehr, sehr willkürlich alles irgendwo reingeklatscht. Und ich würde gerade wirklich gerne den Tisch machen. Und bevor wir also jetzt weitermachen, werde ich mich mal kurz in Bomien gehen, wie man die Zaubertische macht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder gelehrter wie je zuvor. Also ich lag schon ganz richtig mit dem Obsidian und den Diamanten. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Buch zum Craften. Und beim Buch, weiß ich nicht, haben wir da Sugarcane. Oh, das ist doch perfekt. Wir brauchen genau drei Sugarcane. Erstmal für den Crafting Table. Eigentlich brauchen wir noch viel, viel mehr. Und ich glaube, wir brauchen demnächst schon sehr, 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 sehr viel mehr. Haben wir hier Leder drin? Wir haben hier kein Leder drin. Ich hoffe, dass wir Leder hier drin haben. Wir haben ja schon die eine oder andere Kuh gesehen. Und da haben wir tatsächlich Leder. Also es ist alles sehr, sehr, sehr auf Maß fast. So, da haben wir ein Buch. In dem Buch, glaube ich, kann man auch irgendwie was reinschreiben, wenn man Bock hat. Mit Feder und Tinte. Aber das machen wir nicht. Wir wollen natürlich mit was Craften. Das Obsidian. Davon brauchen wir vier. Und zwei Diamanten. Haben wir überhaupt noch? Ich glaube, wir haben genau noch zwei Diamanten, ne? Eieieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Wir brauchen aber, wie gesagt, noch viel, viel mehr Bücher. So, und ich glaube, so und so und dann so. Zaubertisch. Genau. Verzauberer haben wir tatsächlich erreicht. Wo machen wir denn nachher unsere Zaubererke? Da brauchen wir denn noch theoretisch so eine kleine Bude für. Ja, wenn wir nachher unseren Marktplatz machen mit den einzelnen Häusern, dann können wir da natürlich Hinhäuschen für den Zaubertisch machen. Ich klatsche ihn erstmal da hin, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ich kann jetzt zum Beispiel meine Spitzhacke nehmen. Und dann sehen wir hier irgendeinen Firlefanz. Die grüne Zahl ist das Level, was wir dafür ausgeben müssten für dieses Upgrade. Und wir sehen leider nicht, welches Upgrade das ist. Ähm, ihr seht momentan, das sind wirklich nur so Low-Level-Upgrades. Bringt uns nicht wirklich weiter, weil wir eben schon Stufe 33 sind. Aber ich nehme trotzdem eins und man kann es halt wirklich nicht lesen. Hier ist irgendein Zeiler mit 8. Hm. Hm. Naja, damit ihr es mal seht. So, wir haben jetzt eine Effizienz von 1. Mehr können wir nicht machen. Das ist ja... Mehr können wir nicht machen. Hallo? Kann man... Ich glaube, wir können damit jetzt nicht mehr machen. War natürlich richtig lohnenswert. Oh Gott, ey. Ihr seht, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Wir haben jetzt so eine ganz... ...ne Diamantspitzhacke einfach verbraten. Für nischt und wieder nischt. Und wenn ich jetzt auch wüsste, wie der Amboss geht, dann könnten wir die wenigstens immer reparieren. Weiß ich natürlich auch nicht mehr. Geil. Gut. Gehen wir ins Bettchen. Neben unserem Zaubertisch. Schlafen. So. Und bevor ich es vergesse, werden wir uns mal hier so einen Baum abtragen. Oder vielleicht auch zwei und hoffen, dass der eine oder andere Seppling wieder droppt. Und dann direkt nachpflanzen. Haben wir ja beim letzten Mal leider verpasst. Selber schuld, würde ich sagen. Ja, ja. Aber diesmal, diesmal müssen wir dran denken. Wenn wir uns nicht wieder mit irgendwas anderem aufhalten. Nein. Na gut. Pflanzen wir einen neuen Baum. So. Neuer Baum. Ähm. Wollen wir wieder runter. Ist schon irgendwas zu sehen hier? Ne, ne? War ja klar. Also kurz warten. Zepplinge. 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 Kommt zu mir. Da ist einer. Einer ist natürlich nicht genug. Ich helfe jetzt einfach mal mit hier. Äh. Hallo? Was machst du da? Ja. Ja. Ich finde dich auch sehr nett. Würde dich auch gerne so anlichen. Ich guck ihn einfach mal an jetzt hier. Ne. Komm noch. Komm noch. Komm noch. Komm noch. Er kommt auch nicht, ne? Nimm mal den Kopf aus den Schultern, Junge. Ne. Ich dachte er lässt hier wieder so einen Kampf ein. Macht er nicht. Macht er nicht. Macht er nicht. Wie Sau die. Was ist jetzt hier mit meinen Zepplingen eigentlich? Eine aus zwei Bäumen. Das kann es echt nicht gewesen sein. Come on. Da bist du doch wieder. Na. Enderman. Komm hier jetzt. Ach. So feige Sau ey. Okay. Wenn ich mich weg teleportieren könnte, würde ich es gar nicht nutzen. Ich würde mich den Kampf stellen. Oder so ähnlich. Hahaha. Zepplinge. Alter. Wo sind die Zepplinge? Da ist einer. Ja. Wenn du nicht kämpfen willst, dann verzieh dich einfach. Ja ja. Ich glaube auch eh, der ist eh viel zu dicht. Das ist doch bestimmt, der will mir irgendwas andrehen hier. Sein Klotz will er mal andrehen. So. Ein Schlag noch und dann war es das mit dir. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Der muss ja irgendwo noch sein. Der kann ja nicht einfach sterben oder so. Und nichts und wieder nichts. Ich glaube das ist tatsächlich weg. Hm. Na gut. Arbeiten wir mal weiter. Auf der Suche nach Zepplingen. Kommen wir nicht an. Die spawnen hoffentlich von alleine. Ich nehme dem aber ein bisschen von der Krone weg. Aber auch ohne Erfolg. Leider. Dammit. Und wir haben eine Effizienz-Einspitzhacke. Klasse. Echt wunderbar. Wunderbar. Wir können uns echt wirklich mal ausschalten. Gerade nach Zuckerrohr. Da ist nämlich schon was. Weil Zuckerrohr brauchen wir für noch mehr Bücher. Und dann. Wenn wir um diesen Zaubertisch nämlich Bücherregale stellen. Wären die Verzauberungen besser. Und wir brauchen eben auch mehr Level. Aber das Wichtige ist. Die werden besser. Da ist ja nicht nur mal so Effizienz auf. Eins. Da geht dann schon mehr. Oh. Sieht das ehrlich aus hier. Ähm. Wir haben kein Essen dabei. Das ist schade. Und unsere Nahrung ist auf 3. Und unsere Nahrung ist auf 3. Also heißt. Wir werden gleich mal wieder zurück nach Hause watscheln müssen. Kein Zuckerrohr. Nur ein paar Enten noch hier. Oder Hühner. Auch wenn die Hühner aussehen wie Enten. Hühner. Ja Mann. Markieren. Markieren. Neue Höhle. Neue Höhle. Alter. Was ist hier so? Alter. Da geht es bestimmt richtig ab. Aber das auch nicht mal heute. Heute gehen wir erstmal nur noch auf Hühnchenschlacht. Und basteln vielleicht noch ein bisschen was bei uns. Auf dem Gelände. Da könnten wir ja schon mal mit den Wegen und vielleicht mit dem Platz anfangen. So Grundriss mäßig. Komm her du. So. Haben wir schon mal wieder glaube ich 3 Chickens. Für den Ofen. Und Sektzuckerrohr. Mit denen könnten wir uns wieder dann 3 Bücher machen. Wenn wir denn Leder hätten. Leder haben wir leider auch nicht mehr. Wie ich bereits in einer der letzten Folgen sagte. Brauchen wir wirklich demnächst Schweine und Kühe in unserer Farm. So bringt uns das momentan nicht deutlich weiter. Und da sind unsere Steaks. Wir hauen einfach mal die Steaks rein. Wir lassen die anderen mal da. So. 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 So.